Auch in den deutschen Kirchen lag der Schwerpunkt der Osterpredigten auf dem Krieg in der Ukraine. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Betzing, forderte die Gläubigen auf, trotz der zahlreichen Krisen nicht den Mut zu verlieren. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschuss, würdigte die Not der Menschen in der Ukraine, im Iran und in Syrien. Die Auferstehung Jesu spende aber Hoffnung. In der Oberlausitz verkündeten traditionell sorbische Osterreiter die biblische Botschaft, während der Prozessionen singen die Reiter Kirchenglieder und sprechen Gebete.